Hallo, ich bin Katharina Damm. Ich bin Content Creatorin und die, die mich kennen, wissen, dass ich vor kurzem erst umgezogen bin und ich wollte mein Zuhause etwas gemütlicher gestalten. Das sieht noch etwas leer aus und ich habe die neue Merwin-Kollektion online entdeckt und wollte die hier im IKEA Karlsruhe mal live anschauen und deswegen, komm mal mit! Hallo, ich suche die neue Merwin-Kollektion. Wo finde ich die? Ich muss gerade mitkommen, ich treffe sie dir. Ich habe sie online schon gesehen und ich habe gesehen, ein paar Sachen sind schon vergriffen. Ein paar, ja tatsächlich schon. Ja, da waren ein paar Kunden relativ schnell. Die haben wir hier gezeigt. Ah, mega. Ja. Schön. Kannst du mir vielleicht ein bisschen was über den Hintergrund der Kollektion erzählen? Klar. Bei der Entwicklung der Kollektion haben wir mit Sozialunternehmen zusammengearbeitet, die eine Lebensgrundlage und einen Arbeitsplatz für bedürftige Menschen in zum Beispiel Vietnam, Bangladesch oder Indien schaffen. Jedes Unternehmen ist einzeln spezialisiert auf ein paar Produkte. Es gibt welche, die sind für Textilien zuständig. Manche sind sehr gut bei Teppichen oder bei Körben oder Papierdekoration und jedes einzelne Produkt ist nahezu handgefertigt. Bedeutet, es ist den örtlichen Materialien und Naturfasern gefertigt. Somit erzählt jedes Produkt seine eigene kleine Geschichte. Schön. Und limitierte Kollektion, was heißt das genau? Bei Limited Collection ist es so, dass IKEA eine Kooperation hat mit Designern oder mit Unternehmen und diese sind nur kurzzeitig verfügbar. Bedeutet, wenn man sich dafür interessiert, sollte man auf jeden Fall dem Store, den man besuchen möchte, online nachschauen, ist das Produkt, das ich haben möchte, noch verfügbar. Weil da ist ein sehr großer Ansturm drauf und die sind schon in wenigen Tagen ausverkauft. Okay, dann kam ich ja schon mal genau richtig. Ich sehe nämlich, es gibt noch einige Sachen. Ja. Danke auf jeden Fall. Ich schaue mich auf jeden Fall um. Nicht dafür. Alles klar, wenn es ist, melde dich. Ciao. Alles klar, danke. Ciao. So. Also, Kissenbezüge nehme ich auf jeden Fall mit. Das geht immer. Und was ihr auf jeden Fall nicht vergessen dürft, Innenkissen mitzunehmen. Es ist mir schon einige Male passiert, dass ich einen Kissenbezug mitgenommen habe und dann gar nicht benutzen konnte, weil ich das Innenkissen vergessen habe. So. Die Lampenschirme sind so schön, aber ich weiß nicht wohin damit. Ich glaube, ich komme einfach das nächste Mal wieder, wenn es noch erhältlich ist. Cool, hier gibt es noch weitere Melvin-Produkte. Online habe ich schon die Korbaufhängungen gesehen. Aber ich finde sie nirgends. Die Körbe sind auch mega schön. Fürs Kinderzimmer. Mega gut geeignet. Und auch die Jeans gefällt mir eh richtig gut. Kissenbezüge habe ich ja schon mitgenommen. Und wie cool, ein Stammbaum. Ich glaube, das ist eine richtig coole Geschenkidee für die Großeltern. Also, mir gefällt die Kollektion auf jeden Fall richtig gut. Also, der kommt mit. Den nehme ich mit. Und es sieht so aus, als ob ich auch den letzten ergattert habe. Wie gefällt euch die Kollektion? Schreibt sie mal gerne in die Kommentare. Und falls euch dieses Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben. Und gerne den Kanal auch abonnieren. Ansonsten habe ich mir jetzt ein Stück Kuchen verdient. Wir sehen uns dann bei der Nachmittagsjause. Und bis dann. Ciao. Oder Korb.